Guten Abend, guten Abend allseits. Ich grüße Sie alle aus Italien. Also wir können beginnen. Vielen Dank. Unternehmer, zwei, zwei wichtigste Anteile im Business. Jetzt sehen Sie mich wieder. Okay. Nächste Folie, bitte. Wenn Sie mich noch nicht kennen, ich bin Drago Stancho. Ich bin Repräsentant der strategischen Abteilung von Average, Direktor von API Italien, Koordinator für globale Portfolioprojekte, Präsident im Rahmen des MLC Partnerprogramms, Projektleiter des UGAIN-Projekts. Ich bin auch Moderator von Genie der Finanzen, Mitglied der Vereinigung generell der Welt für den Frieden, internationaler Redner. Nicht, weil ich so viele Sprachen kann, sondern weil ich wunderbare Dolmetscher habe, die meine Reden verdolmetschen, meine Auftritte. Ich bin professioneller, individueller Unternehmer. In den letzten Jahren habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Dank dieser Erfahrung kann ich Probleme überwinden, die Geschäftsleute so haben. Ich nenne mich ein Profiunternehmer, weil ich viel gelernt habe, weil ich versucht habe, mich auszukennen mit verschiedenen Finanzfragen im Finanzbereich. Und ich bemühe mich auch weiterhin, mich zu informieren und immer das alles perfekter zu beherrschen. In allen Bereichen, die ein Leben, die ein Geschäftsmann braucht. Und ich unterstreiche nochmal die Bedeutung von den Kursen der Akademie für Privatinvestoren und von allen Know-hows, dank denen unser Unternehmen so stark und so laut in der Höhe gestartet hat und so populär wurde. Ich möchte heute über Jürgen sprechen. Nächster Folle, bitte. Heute werden wir über Business mit Jürgen sprechen. Für diesen Geschäftsbereich, jedes Projekt kann ja eigentlich an sich toll sein. Aber wenn in einem Projekt alles kostenlos wäre, es keiner verdienen etwas konnte, dann könnte so ein Projekt sich nicht entwickeln und nicht die Welt beherrschen. Deswegen, lass uns, was brauchen wir, um unser Projekt in der ganzen Welt global zu entwickeln. Und ich möchte beginnen mit dem Bonussystem, das wir erstellt haben für Jürgen, für diese App Jürgen, für Unternehmer. Wir werden über Boni sprechen, die Sie bekommen werden, dank dem Verkauf von Abonnements. Auf der Folie sehen Sie gegengekommenen Unternehmen in dieser Zeit und diese Jahresgebühr gestaffelt, monatlich gestaffelt. Sie wissen ja, was in der Welt passiert. Hier sehen Sie 300 Dollar. Sie riechen und daneben steht 150. Aber gerade diesen Preis zahlen zum Zeitpunkt des offiziellen Starts von Jürgen. Das wird ungefähr im Mitte März passieren. Ich möchte es alle Mitarbeiter, alle Promoter und Partner aufrufen, einzuladen. Einzuladen, Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die von den Vorteilen dieser App profitieren möchten. Alle Unternehmer aufhören, unserem Start teilzunehmen und diesen Geschenk sich zu sichern, wenn wir strategisch denken, wie Unternehmer immer denken. So können Sie diese App auch absolut kostenlos bekommen. Warum? Wenn ich an Webinaren teilnehme, die wir anbieten, um unser Produkt in Nähe zu bringen und wenn ich verstehe, wie wichtig dieses Projekt ist und wenn ich noch acht weitere Unternehmer finde unter meinen Freunden, die auch Läden in meiner Nähe haben, Geschäftsstellen haben, die Interesse haben könnten an diesem Produkt. Natürlich, das wird noch einen weiteren Impuls geben, diesen Leuten für die Entwicklung des Businesses. Und jetzt überlegen Sie sich, Sie können 50-prozentigen Rabatt sichern. Also, wenn Sie noch nie teilgenommen haben an einem Webinar zum Produkt, nehmen Sie teil oder laden Sie Ihre Freunde zu diesem Webinar teil. Sie können hören, Sie können erfahren über die Vorteile unseres Produkts. Ich bin mir absolut sicher, Sie werden sich so etwas nicht entgehen lassen. Sie werden diesen Rabatt auch nutzen. Wenn ich diese App absolut kostenlos bekommen möchte, ja, 150 ist auch, also ist viel billiger als 300. Aber wenn ich die Möglichkeiten teilen möchte, teilen kann mit anderen Unternehmern, wenn ich meine ersten, die ersten Schritte in diesem Business bereits gemacht habe, kann ich auch hohe Gebühren in meiner ersten Linie bekommen. Acht Unternehmer in meiner ersten Linie werden mir die Möglichkeit geben, ein Jahresabo Ich kann jetzt nicht rechnen. Bei 22,5 Dollar pro Jahr und mal 8. Wie viel ist das? 180. 180, genau. Das ist viel mehr als die 450 Dollar, die Sie bezahlen müssen für das erste Jahr. Sieben Freunde würden vielleicht auch ausreichen. Aber warum sage ich immer 8? Denn 8, das ist Zeichen der Unendlichkeit, das ist Zeichen des Reichtums. Und das ist das Zeichen des Volkes unseres Businesses. Das ist eine magische Zahl. Und all die Unternehmer, die ich einladen werde innerhalb der Woche, sie werden sich die Präsentation zum Produkt, zur Businessmöglichkeit anschauen. Sie werden die Vorteile erkennen. Und möglicherweise werden Sie auch diese App kostenlos haben wollen. Das Gleiche müssen Sie dann auch tun. Sie müssen auch diese Informationen mit Ihren Kollegen, mit Ihren Freunden teilen. Überlegen Sie sich, ich kann mit der Zeit großes Einkommen sichern im ersten Jahr. Schauen Sie. Der fünften, sechsten Linie kann ich bis zu 17 Prozent bekommen. Dank diesem Einkommen, dank diesen Einnahmen kann ich auch meine Konten begleichen, meine Geschäftskonten begleichen, Unternehmenskonten. Nur dank der Duplikation. Weil ich habe jetzt vor Informationen geteilt. Und die anderen Leute haben weiterhin die Informationen geteilt mit ihren Freunden. Nächste Folie, bitte. Sehen. Welche anderen Boni es gibt. Also, dank dem Jahresabo. Ich war hier bereits, dank den Abos für die Kunden. Warum werden Kunden haben? Warum werden sie Interesse haben am Jahresabo? Weil sie höhere Rate bekommen werden und auch Möglichkeit zum Aufbau des Business. Natürlich, unsere Software gibt auch große Möglichkeiten den Unternehmern und den Kunden auch die Möglichkeit, größere Rabatte zu bekommen und zusätzlich aber auch Kommissionsgebühren nach unserem Marketingplan. Und dieser Marketingplan ist absolut gleich für die Unternehmer und auch für die Nutzer. Hier habe ich über ein einziges Abonnement besprochen. Sie sehen diese Zahlen. Sie können das auch weiterhin multiplizieren mit der Anzahl der Menschen, die sie einschreiben wollen. Die volle Nummer drei. Wir sprechen jetzt über die Boni. Sie bekommen können für das Sie Informationen mit anderen und Propaganda trainiert sehr oft kostenlos. Aber manchmal bestimmte Communities, Gemeinschaften, sie können auch angenehme Trinke präsentieren, angenehme Boni, den Menschen, die positive Informationen mit den Freunden teilen. Ich möchte genauer darauf eingehen, ich möchte hier den Vorteil hier haben eine sehr wichtige Eigenschaft für den Erfolg. Der Unternehmer, ein Unternehmererfolg bekommen kann, muss Eugen kauft, er muss natürlich seine Kunden überzeugen, die App zu runterladen. Wir haben ja zwei Arten der App, einmal für die Unternehmer und einmal eine App für die Nutzer, für die Kunden. und warum sollten die Nutzer eigentlich diese App runterladen? Warum? Weil wir sprechen hier über ein System der loyalen Kunden. Das ist ein Loyalitätssystem und die Kunden, die einmal ihr Produkt genutzt haben, sie können absolut kostenlos diese App runterladen und sie können sich dann später entscheiden, ob sie ein Abonnement kaufen möchten, um dann weitere Rabatte zu bekommen. Stellen wir uns vor, es gibt einen Laden in einer touristischen Region, wie zum Beispiel bei mir in Italien. Ich lebe an einem schönen See und ich empfange Touristen in einem Restaurant und diese Touristen laden die App runter, dadurch bekommen eine App, sie bekommen einen Rabatt für die App, wenn sie runterladen, sie bekommen einen Rabatt für das Essen, das sie bestellen und dann bringen sie diese Kenntnis in ihre Länder und die EU-Gain verbreitet sich in der ganzen Welt. Wir starten jetzt in acht Ländern, welchen jetzt in acht Sprachen, also die Touristen kommen nach Hause und die App installiert, automatisch werden nächstgelegenen Locations ermittelt, erkannt, die auch das gleiche System nutzen und natürlich die Menschen haben dann Interesse hinzugehen und sie können dort einen Rabatt bekommen oder ein Cashback, also die Kunden, die App herunterladen haben, egal wo sie das Geld ausgeben, egal in welcher Art Rahmen des EU-Gain Systems, werde eine kleine Kommission bekommen, kleine Gebühr, eine kleine Provision, das ist die dritte Art der Boni und mein Netzwerk wird sich entwickeln, wird sich ausweiten, dank Mundpropaganda und ich kann dadurch auch Einkommen bekommen, also beginnend ab der ersten Linie 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 in der fünften Linie 0,3 Prozent von der Kaufsumme über das Zahlungssystem Prozent kann je nach den Bedingungen des Zahlungssystems geändert werden, oder Mastercard oder andere Konditionen. da gibt es eigene Prozentsätze der Prozentsatz wird den Prozent Anteil werden sie bekommen. Diese Tausende von Menschen, die in der ganzen Welt verreist sind, in ihren Städten, sie werden ihr Gehalt bekommen, sie werden das Geld ausgeben in einem Laden, in anderen Restaurants, Hotels und so weiter. Sie werden Rabatte bekommen dank der App, sie werden Interesse haben in die Läden gehen, die dem Ökosystem angehören und sie bekommen dank ihren Ausgaben von diesen Menschen von jeder Transaktion werden einen kleinen Anteil bekommen. Einen kleinen Tropfen heute, morgen, übermorgen und Tausende davon, sie werden einen ganzen Fluss an Geld bekommen. Kunden werden mindestens einmal bekommen, sie werden, es werden Menschen sein, die einmal bei ihnen kaufen, es gibt auch andere, die wiederholt bei ihnen kaufen, sie werden immer wieder ausgeben, nicht nur bei ihnen, aber auch bei anderen Stellen und jedes Mal bei jeder Transaktion werden sie einen Anteil, einen Bonus, einen kleinen Bonus davon bekommen. Nächste Folie bitte. Nun sprechen wir, wie dieses System funktionieren wird. möchte über die Menschen sprechen, die sehr oft empfehlen, die sagen, geh mal hin, daran, ihr in den Laden, sie machen das kostenlos und hier können sie ein Prozent für die Empfehlung bekommen. Zum Beispiel kann Bonuspunkte bekommen, diese werden für mich interessant sein. Unternehmer, der den Umsatz steigern möchte, den Kundenbestand erweitern möchte, er wird Interesse haben, um Bonuspunkte zu vergeben, motivieren und zu motivieren, nicht nur loyal zu sein, sondern dazu zu animieren, Informationen zu haben, hier habe ich zwei Ebenen, wo ich verdienen kann. Bonus wird der Unternehmer selbst einstellen, was ein Außenstehender bekommen wird, der wird Erfahrung bekommen von Kunden, der zufrieden ist und die Erfahrung des Kunden, der zufrieden ist, weil er schön das Geld ausgegeben hat für eine gute Sache. Jeder Unternehmer kann ihre eigene Strategie auswählen. Sie werden niemals enttäuscht sein. Diese vier Arten der Boni ermöglichen unseren Service, unsere Rabatte zu nutzen, sondern zusätzliches passives Einkommen zu bekommen. Und auf der nächsten Folie können Sie sehen, warum es interessant sein könnte, zu beginnen, zu verdienen und eine Karriere aufzubauen im Rahmen dieses Projekts. Also das ist unser Marketingplan und der beruht auf dem Verkauf von Abonnements. für die Abonnements, für die Anmietung unserer Software für die Unternehmer, aber auch für die Kunden funktioniert der gleiche Marketingplan. teilen 55% des Einkommens für das Netzwerk. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen und beachten Sie, ich glaube auch viele und alle, die uns hören, sie werden diese Botschaft erkennen, die ich an sie richten möchte. Sehr oft Unternehmer und Unternehmensdenken sind schematisch aufgebaut, also sie meinen, sie gehören zu einem in eine robuste Welt, in einen robusten, sie sind in einem robusten Geschäftsbereich, aber plötzlich passieren unvorhergesehene Situationen, die auch große Firmen, Schwierigkeiten, die große Firmen in die Knie zwingen können, die Millionen und Milliarden von Euro verdienen. Ich möchte jetzt nicht darauf näher angehen, auf die Namen dieser Unternehmen, aber sie können sich selber informieren, auch bei der Presse, diese Unternehmen, sie sind in aller Munde, Unternehmen, die Restaurantketten oder Unternehmen im Hotelgewerbe, die mussten schließen, mussten dicht machen. Warum? Weil sie kein Ökosystem hatten und YouGain hier schafft jetzt so ein Ökosystem, wo Menschen ihre Gewinne teilen können untereinander Gewinne teilen können diesen großen Prozentsatz, 55% Unternehmer, die bei uns hier teilnehmen, das werden erfolgreiche Menschen sein. Wo liegt eigentlich die Vernunft besteht darin, weil sie nicht dicht machen werden, sondern sie werden offen sein, neuen Ideen und sie werden erkennen, dass die herkömmliche Denkweise veraltet ist. Man muss neue Paradigmen erschließen in der Geschäftstätigkeit im Multilevel Marketing gab es einen Aufschwung, gerade in dieser Zeit der Pandemie und die Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, die in diesem Bereich tätig sind, konnten einen großen Gewinn und dank diesem Ökosystem von Kunden und Nutzern und Unternehmern und Miteigentümern, sie können ihr Business retten. Sie können weiter wachsen, sie können sich weiter entwickeln, denn auch wenn sie wenn sie einem Franchise Netzwerk angehören, das ist nicht genug, denn man wird sowieso, man versucht von dir zu profitieren, von uns zu profitieren, es gibt bestimmte Franchise Kursionen, die sie einhalten sollen, solche Weise, sie sind alleine dann auf dem Markt und sehr oft sind sie stehen auf ihren Knien und sie sind bereit dann sie wissen nicht was zu tun ist, sie sind bereit sie stehen kurz davor klein beizugeben aber wir verändern die Methoden und die Verfahren die Art und Weise wie wir Business machen wir wollen den Markt revolutionieren sie werden einem neuen System angehören einem robusten System angehören und ihre Schwierigkeiten werden Schwierigkeiten nicht alleine konfrontiert besonders in dieser schwierigen Corona Zeiten was kann ihnen Projekte geben nachdem sie nachdem sie die App runterladen kann viele andere Informationen weitere Informationen bekommen der Nehmer können sich an Ausbildungskursen teilnehmen und sich weiterzuentwickeln nehmen wir an sie haben zufällig von unserer App gehört haben das Abonnement gekauft und sie sehen dass in der dritten Falte sehen sie nach dem nach der Bezahlung bekommen sie nicht nur 5% sondern 10 nicht nur 3 sondern 5 und sie bekommen auch Einkommen von der dritten Linie 3% die größten Möglichkeiten das größte Einkommen werden sie bekommen nachdem sie die Ausbildung hinter sich haben sie ein Abonnement bezahlt haben sie werden 12% in der ersten Linie bekommen 7 5 und 3 noch noch interessantere Summen sehen sie ab dem Rang Agent sie sie ihre Karriere im Rahmen dieses projekts aufbauen können agent wird 15% in der ersten Linie bekommen 8% 5% 5% und nochmal 5% weiter bekommt dann in den weiteren Linien keine Kommissionsgebühren. Der nächste Rank ist der Rank Konsultant und hier ab der sechsten Linie dann bekommen Sie in der sechsten Linie vier und dann 6,5, 8,5 und weiter. Sie sehen dieses Zeichen der Unendlichkeit. Es ist wieder diese magische auch für uns und für die Entwicklung der Persönlichkeit und des Unternehmens. Die ersten fünf Linien sind gleich in jedem Rang vom Rang Agent. Hier können wir nicht sagen, nur die ersten, hier werden wir nicht sagen, dass nur die ersten das Ganze bekommen. Nein. Wenn Sie Agente sind und wenn Sie Präsident sind, Sie werden in der ersten Linie den gleichen Prozentsatz bekommen. Und das ist natürlich ein sehr meritokratisches System. Je mehr man arbeitet, desto mehr, desto mehr verdient man. wird vier Prozent bekommen in der sechsten Linie. In der sechsten Linie 17 Prozent bis zu 17 Prozent im Rahmen des in diesem Rahmen in die Tiefe bis zur Unendlichkeit. Das sieht fantastisch aus und sehen Sie, ich kann den Status Präsident erreichen, ein wichtiger Status. Wenn ich daran denke, dass ich viele Menschen in meiner Struktur habe, viele Menschen eine sehr breite Struktur, ein sehr breites Netzwerk Natürlich werden wir großes Einkommen bekommen von jedem Abonnement von den Kunden von den Kunden Abos Vorles bitte anschauen, was die Menschen bekommen können, die bereit sind, eine Karriere zu starten. gehen wir von Anfang an, wenn ich analysiere, welche Perspektiven mich erwarten, Gehalts-, also Einkommensperspektiven, wenn ich sehe, dass ich dadurch gut bezahlt werden kann, Geld verdienen und auch zusätzliche Boni bekommen, wenn ich ein Promoter bin und wenn ich entschlossen bin, innerhalb diesen zwei Wochen, wo unsere Rabatte, 50-prozentige Rabatte gelten werden, zwei Wochen ab dem Start, ich werde natürlich all meinen Freunden die Unternehmer sind erzählen. In diesen zwei Wochen werde ich auch U-Gain-Token bekommen. Das werde ich Ihnen erzählen am Ende der Präsentation. Aber das ist unsere Vision. Das gehört zur Vision Vision über das Gesamtsystem, wie das alles funktioniert. Die Unternehmen, die im Trend der Zeit liegen, die denken evolutionär und das machen wir auch. Jetzt mal ausführlich. Innerhalb von zwei Wochen dem Start kann ich meine ersten Unternehmen registrieren. Ich werde 15% bekommen und ich bekomme 50 U-Gain-Token, die ich mich sehr entdecke. Was werden diese Token-Punkte kosten? Außerdem die weiteren 20 Unternehmen mit einem bezahlten Abonnement, von diesen bekomme ich 100 U-Gain-Token bis zur Anzahl 160 Unternehmen pro Monat ab dem ab dem Start. Also wenn ich unter den ersten Gewinnern bin, die die ersten 150 Unternehmen registrieren werden innerhalb eines Monats, was werde ich bekommen? Ich bekomme ein wunderschönes Apple Notebook, ein Macbook. So wollte ich vor kurzem kaufen und ich weiß, was das kostet. Das kostet 100 Euro. Das ist eine bedeutende In nur einem Monat für 150 verkaufte Abos, ich meine jetzt Jahres Abos, Jahres Abos, sehr wichtig, die ersten zwei Gewinner werden ein Apple Notebook bekommen. Weil sie haben noch mehr Möglichkeiten. Wenn sie den zweiten Preis erreichen können, dann werden sie eine Rolex Uhr bekommen, Armbaduhr. so eine Uhr für jedes Land präsentieren, wo unser Projekt laufen wird. Ich muss über 500 Unternehmen innerhalb von drei Monaten registrieren ab dem Start. Ich meine hier 500 Unternehmen, die Jahres Abos bezahlt haben. Und diese Unternehmen, die ich in die erste Linie registrieren werde, natürlich, die werden mir heimliches Wachsen bescheren, denn sie werden auch weitere Unternehmen registrieren. ich werde natürlich auf den ersten Preis zielen, ein Maserati. Ein Maserati, dieses schickes Auto, muss ich 1000 Unternehmen innerhalb von sechs Monaten registrieren. Ich muss als Erster natürlich das in meinem Land werden alle Unternehmer einladen zu unseren Webinaren und zum Start und natürlich sie können auch diese Strategien selber nutzen, die wir ihnen präsentieren. Nächste Folie. Schauen jetzt praktisch an, was passiert, wenn ich die ersten 20 Abos verkaufe. Ich bekomme 500 YouGain YouGain Talking Punkte. Wenn wir uns überlegen, wenn wir den Preis nehmen, 300 Dollar für das Abom, natürlich unser Rabatt wird nicht mehr gültig sein nach zwei Wochen, also der volle Preis 300 Dollar, dadurch kann ich 15% von jedem Geschäft verdienen und jetzt rechne ich. Jeder Unternehmer will ausrechnen, was passiert, wenn jeder Kunde kostenlos diese App nutzen möchte. Auf der nächsten Folie sehen sie. Dank dem Direkt Gewinn 8 Geschäften wird sich eine UGN App selbst bezahlen. Was passiert in der Praxis? Sind sie gespannt, wie werde ich mein Einkommen bekommen? Werde ich wachsen? Das ist sehr leicht gemacht. Ein Smartphone hat jeder und sie bekommen einen persönlichen QR Code. Wenn WLAN nicht funktioniert, sie können auch manuell ihre registriere die Unternehmen und für die weiteren 20 registrierte Unternehmen bekomme ich weitere Token und hier zahlen noch einmal interessanter diese Zahlen die wachsen noch weiter 500 am Anfang alle 20 weitere bezahlten Filialen bekomme ich plus 100 Jürgen Token bis zur Anzahl 160 Filialen in einem Monat ab Start ich habe somit 1200 Jürgen Token verdient. Am Ende habe ich versprochen worin wird der Wert bestehen. Token wird im Rahmen dieses Ökosystems funktionieren. Eine Filiale Ja, schreiben Sie mir die Antwort glauben Sie wie viele Menschen können ihr Produkt nutzen in einem Monat im Durchschnitt wie viele Kunden haben Sie innerhalb eines Monats wenn Sie Unternehmer sind wie viele Kunden können Sie im Laufe eines Monats bekommen wenn wir diese Zahl multiplizieren mit zwölf Monaten 10.000 Menschen innerhalb mehrerer Monate stellen Sie sich vor was passieren kann wenn wir unsere Kryptowährung nutzen werden zur Währung umtauschen an der Börse umtauschen werden wir werden die Nachfrage schaffen für diese Währung wir den Preis nach oben treiben automatische Umtauschsysteme absolut unbemerkbar für uns einen Umtausch vollziehen können wenn Sie an dieses Projekt glauben Sie sich selbst ausbilden und auch die Menschen die auch in unserer Prüfung teilgenommen haben sie werden bestimmte Anzahl von Jugendtoken erhalten dank der dank dem Bestehen dieser Prüfung dank den richtigen Antworten 80% richtige Antworten man bekommt 800 Token Punkte für 100% richtige Antworten bekommt man 1000 Token Punkte anschauen was verdient ein Promoter ich denke Promoter wird natürlich diese Zahl 160 Unternehmen anstreben 160 Abos die ersten zwei Gewinner werden ein Macbook natürlich werden früher oder später ihre 1200 Jürgen Token Punkte bekommen sie erhalten auch eine wichtige Prämie 160 Unternehmen bezahlen ihre Abos und ich bekomme 15 Prozent Kommissionsgebühren und ich habe 7000 Direktbonus 1000 Dollar Direktbonus dann Unternehmen er hat ja nur dank diesen vier Filialen die ein Abo bezahlen sie bekommen 7200 Direktbonus über die zweite Linie sprechen sie bekommen 8 Prozent 160 mal 8 denn jeder Unternehmer wird auch die Informationen weiter verbrauchen also wir haben die Gesamteinkommen in Höhe von 384.000 Dollar mal 8 Prozent unser Bonus unser indirekter Bonus 30 1000 30 7000 Dollar sie haben indirekten Bonus bekommen zusätzlichen Bonus Ist die Folie eine wichtige Sache verstehen sehr oft sind sehr oft sind die Menschen zu kurzsichtig um die herkömmlichen Denkschemate zurückzulassen und sie können nicht erkennen was hinter den Kulissen passiert in einem Business was passiert nur wenige Menschen in der Tat in Wirklichkeit erkennen was wirklich passiert sie sehen diese Zahlen wir wollen 50 Millionen Unternehmen einschreiben aber ich sage über 50 Millionen das ist vielleicht Wahnsinn wahnsinnig aber sehr oft Menschen die wahnsinnig gewirkt haben sie die haben später man kann die als Spinner bezeichnen aber die haben später Elektrizität erfunden Flugzeuge gebaut Schiffe gebaut Menschen wurden für Spinner gehalten aber die haben das geschafft wir werden über 50 Millionen Unternehmen haben wir werden 90.000 Projekt Motor haben und unser Ökosystem wird ein Zaubersystem sein und der Schlüssel zum Erfolg der Geheimtipp das Geheimnis wird in unseren Kunden bestehen sie werden in unterschiedlichen Bereichen tätig sein und dieses Netzwerk wird aktiv 100% aktiv sein und jeder von uns wird passives Einkommen erhalten unser Netzwerk wird sehr gut vorbereitet sein unser Promoter dem Einkommen in Höhe von 55% die wir verteilen werden Kunden und Promotern man wird schöne Boni bekommen viele Bonus also man kann auch eigene Konten begleiten Menschen werden vorbereitet kompetenter sein in Sachen Finanzen sie werden ihre Finanzen richtiger verwalten richtiger investieren denn die Hauptfähigkeit eines Unternehmers ist kein Sklave des Business zu werden sondern die Möglichkeit zu erhalten ein schönes Leben zu führen und das Leben zu genießen also entschuldigen dass ich zu lange gesprochen habe zu lange geredet habe aber ich versuche diesen Gedanken an ihnen näher zu bringen wie wichtig es ist offene Denkweise zu haben und die Möglichkeit zu haben auf diese Welle zu reiten und den Trend der Zeit zu liegen und diesen schwierigen sich zu entwickeln ich erwarte auf sie beim nächsten Webinar wir werden wichtige Nachrichten haben danke ihnen für ihre Mitarbeit für ihre Zusammenarbeit und wir werden ihnen wichtige Instrumente präsentieren mit denen sie sehr leicht ihre Ziele erreichen können vielen Dank für die Aufmerksamkeit schöne Grüße aus Italien auf Wiedersehen vor vor j j j die j 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 Vielen Dank.